Seit ein paar Jahren gibt es nun meine Facebook-Seite und inzwischen darf ich 60.000 Fans meinen eigenen zählen. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Also, liebe Fans, schön, dass ihr immer dabei seid, wenn ich das ein oder andere poste oder teile. Ich hoffe, ihr seid auch weiterhin dabei und sagt ein großes, großes Dankeschön an euch alle. Liebe Grüße von eure Stefanie.